Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hellblade Szene was Sacrifice und ich glaube, wir gehen halt so langsam schon Richtung Ende Spiele, würde ich vermuten. Ich war ja schon mal irgendwo da oben. Habe ich da schon was verpasst, was zu reparieren? Muss ich dann den ganzen Weg nochmal zurückgehen? Sie können es sehen. Die Brücke. Sie können nicht crossen die Brücke. Es ist broken. Sie müssen es fixieren. Es ist zu gefährlich. Sie hat es getan. Sie müssen sie kämpfen. Die letzte Brücke. Die letzte Brücke. Es ist die letzte Aufgabe. Ja, es ist. Das ist nicht nur eine Brücke, ist es? Die Brücke. Sie hat mir gezeigt, wie sie weitersehen. Sie sehen die hiddenen Wanderen in unserer Welt. Sie exploreen neue Weg in das Unbekannte. Sie führen, damit die anderen folgen können. Oder Sie warnen, damit sie sich evitieren. Das ist unser Gift. Und unsere Aufgabe. Ich werde nicht mehr nachdenken. Sie werden ja mehr Angst sagen. Nur die Brücke. Und sie werden die Gottes kämpfen in der letzten Ragnarok gegen den Ragnarok kämpfen. Die Watchmen werden die Horme hören, die durch den ganzen Welt gehört. Und Odin wird mit dem Severed Head von Nimir geben. Die Land der Giants wird mit dem Sound der Arme auf dem Weg gehen. Die Gottes werden mit den Dwarven verlassen. Die Frost-Giants werden aus dem Westen kommen. Die Medgard-Serpent wird auf die Wände. Die Egel werden schreien und schreien bei den Hormen mit ihren schwarzen Becken. Das Schiff des Todes wird auf den Weg gehen. Markus, wenn ich hier näher gehe, kann ich hier irgendwas tun? Ich muss da hoch? Da sollte ich ein Stück reparieren können. Und das Stück von da drüben oben irgendwo. So. Sind da auch noch drüben Teile. Wieso? Oder sieht das bloß so aus? Als ob. Weiß es nicht. Äh. Ich meine, hier geht es ja nicht weiter. Was sind das hier für Drummer-Teile? Muss ich die Brücke hier auch noch mit irgendwas verbinden? Ich gehe noch mal ein Stück weiter auf der Brücke. Ähm. Ah. Ah. Irgendwas tut sich. Ja. Tor. Ah, ja. Guck hier noch irgendwas anderes direkt. Da ist nix. Okay, wir gehen jetzt quasi dort oben durch das Tor, was jetzt auf ist. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich noch mal kämpfen möchte. Ich fand den Kampf gegen Fafnir, den fand ich schon, ja. Auch ein bisschen anstrengend, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mich nicht mehr auf dem Weg gehen, wie ich was. Ich würde sagen, dass die Ragnarok der Gästchen, die einen ganzen Knapp treffen, der sie eine ganze Menge von ihren Knapp füllen, der Loki hat auf Asgard gebracht. Das Wielkartier zu bringen, das wird ein Knapp fern. Ich bin der Knapp fern. Ich bin der Knapp fern. Ich bin der Knapp fern. Das ist das Sphär. Und ich bin der Knapp fern. Die Knapp fern. Die Knapp fern. Also, das war unsere vorletzte Rune. Ich hoffe, wir finden die letzte. Ansonsten war das unsere letzte Rune. Aber das kriege ich sicherlich ja nicht auf. Ja. Wir gehen jetzt wahrscheinlich hier hoch, reparieren die Brücke und dann gehen wir wieder runter. Eigentlich müsste das doch auch jetzt das letzte Brückenstück sein, was noch fehlt. Ja, ich komme hier noch weiter hoch. Ah, Arena. I see. Letzter Runestein. Ja. 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 Ich weiß es nicht, wenn der Arm komplett verseucht ist, dass man dann das Spiel von vorne starten muss. Ja. 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 Was ist das? Was ist das? Ich bin hier weg. Dann gespielen. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Wo sind eigentlich meine Stimmen? Wo ist meine Stimmen im Kopf? Ich bin hier weg. Wo auf der Brücke? Ich bin hier weg. 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 Aber ich bin hier weg. Ich bin es dabei weg. Ich bin hier weg. Wir leben keine Ahnung. Ich bin weg. 媒gan haben sie mushrooms. Und dann wird wir abwereinander gehen. Ich will sie nicht. Warum will sie die sterben? Ich will sie nicht." Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Ich bin sorry. Ich wollte dich nicht auf ein Teil sein. Wenn du nicht zu sterben will, dann stehe ich dich. Ich will sie nicht sterben. Bitte stop. Bitte stop. Stopp. Bitte stop. Was ist das? Nein! Sie haben die Monster gemacht, um die Vöid zu erfüllen. Das machte sie nicht real. Sie haben sie real. Nein! 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 Halt dein Herz, und weg die Senua von allen. Halt! Für da ist dein Weakness, und die Darkness finden. Es ist nicht wie die alten Geschichten, ist es? Die Nobel-Wariere, die in der Suche von Wachst und Wachst. Ah, clear dividing lights. No, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. What's this? What's this? What's this? What's this? I'm trying to shut it here. I don't want to see you. I don't want to see you. I don't want to see you. Senor! Turn away, Senor! Do you see it, Senor? Do you see the darkness? Faces fear and suffering? You can see it. I remember it clearly now. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother and the darkness will come for you, too. You understand, Senor? I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering will be of salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are alive! She didn't defy the gods. She defied you! It was all above above. You are alive. You are alive!